Lass die das nicht fixen, dass mein Charakter aussieht, als wäre ein Kind auf diesem Bild. Und Pole, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Pole ist geraget, bitte. Schöne wieder. Pole ist geraget, bitte. Aber du kannst ja wohl was dafür. Nein! Ich kann überhaupt nichts dafür. Doch, weil du ein dreckiger Lügner bist. Warum? Ich hab nichts gelogen. Roman, wie sehr bist du bewandert mit dem Update? I know... Everything! Okay, nice, weil ich weiß, vielleicht 20% und 10% davon habe ich gerade gegabt. Nee, nee, du verstehst mich nicht, Patrick! Ich weiß! Er weiß auch, wann du das letzte Mal deinen Pipi getoucht hast. Roman, bist du diskonnected? Roman ist nicht ansprechbar. Roman, du falte! Sag wenigstens, wenn du leckst! Roman, mach bereit! Äh... Okay... Hallo? Roman, bin ich jetzt in der Diashow? Ich dachte, ihr trollt mich. Was? Hä? Ich dachte, ihr trollt mich. Was? Weil ihr nicht redet. Ja, ich kann niemanden von euch hören. Ja, ich höre auch niemanden. Hä? Okay, soviel zum neuen Update. Skibidiba! Skibidibadaboom! Boom, budung, bong, bong, bing! Hört ihr mich? Sooo! Der Braker müsste am Eingang in der Nähe sein. Ich brake dir gleich deinen Neck. Achso, wir haben jetzt keine neuen Items gekauft, oder hast du welche dabei? Nee, die liegen hier rum. Das sind so... das war's. Vier... Ne, sechs... Ah, da liegt was! Oh nein! Hier liegt ein menschlicher Torso. Wo? Okay, den kenne ich aber noch nicht. Zwölf... Hier, hier ist A, aber gerade neben F, also hier ist der Geist. Warte, was hast du mit dem Torso gemacht? Ah! Was A? Wir müssten ein Foto von dem Torso machen. Ja, der ist weg, weil Pole irgendwas mit ihm gemacht hat. Oh, Pole ist so ein Dickhead. Äh, der war kurz auf zehn, für ne Sekunde. Also war wahrscheinlich Event. Wir haben einen Toten, wir haben jemandes... Warte, was? Handy, komm rein, Roman hat so einen komischen Spiegel aufgehoben und dann ist er gestorben. Hahaha, nein, oder? Oh Mann, also... Wenn du den Spiegel benutzt, dann kannst du den Geisterraum sehen. Das Problem ist, irgendwann bricht er und dann kommt halt ne Hand, glaube ich. Oh, okay. Hast du den Geisterraum gesehen, Roman? Hä, ich hab nicht reingeguckt. Ja, hier irgendwo, oder? Soll ich den Spiegel antaschen? Ja, das ist jetzt kaputt wahrscheinlich. Versuchst du mit ihm zu reden, Nick? Ja. Ich weiß übrigens, was das für ein Geist ist. Ich hab ne strenge Vermutung. Okay. Mach mal nen Auswindelmonolog. Na ja, ganz einfach. Wir sind rein und nach sehr kurzer Zeit hat er angegriffen und einer von uns gekillt. Von daher ist es wahrscheinlich ein Demon, oder? Gut, aber Nick fickt er jetzt nicht zum Beispiel. Ich mein, da redet die ganze Zeit mit ihm. Kann gut sein, dass er gewandert ist, weil es ist jetzt warm, der Küche. Schau den Spiegel auf. Ich weiß nicht, wenn der kaputt ist, dann kannst du nicht mehr durchschauen. Weil er, weil er den Spiegel getatscht hat zu lang. Nee, der liegt ja bei Poles Lache, aber... Oh. Kein Freezing, kein Reden, kein Fingerprints. Oh, warte, dann kannst du aber kein Ding reden. Das ist schlecht. Ja. Ich hab schon öfter... Oh, der passt runtergeworfen. Oh, er wirft Sachen runter. Ist das nicht, ist das nicht Pole? Der hat vorhin auch die... Nee, nee, der wirft, guck mal. Der, der, klar. Das ist Poles. Der Pole hat in die Gruppe geschrieben, in Caps. Ich hatte den fargigen Spiegel nie in der Hand. Upsi. Okay. Was siehst du? Fuck. Hast du was gesehen im Spiegel? Roman? Okay, Roman läuft weg. Roman? Ja. Der war im Wohnzimmer. Erstmal messen, wie kalt es im Wohnzimmer ist. Hier ist es warm. Ah ne, 3 Grad. Ja. Ja. Ah. Roman, Hand? Fragezeichen? Ja, nein. Ach, das ist over, glaube ich. Boah! Heilige. Heilige Makrele! Das ist nicht in den Stein. Das wusste du nicht. Ja, war Hand. Aber jetzt, es gab keine Hand. Aber die Kamera flackert die ganze Zeit. Es ist... Ja doch, es ist Hand. Ja. Fällt das auch event? Afterhand? Wir haben keine Beweise, gell? Nee. Ja doch. Wir haben indirekte Beweise. Keine Fingerprints. Ja, indirekte. Und ich glaube auch kein EMR5. Pole, Yokai. Oder Mare. Was? Nick stand im fucking Geist. Ach ja. Weißt du, Nick und der Geist haben Händchen geheilt. Was war das für ein Geist jetzt? Ich hab... Jetzt gibt's. Jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle. Äh, ja Nick, du musst jetzt Map machen, ne? Okay. Asylum. Kann... Kann wer anders hosten? Hollow Street Hush March. Sehr schön. Ich mag die Map. Ja, die ist cool. Geh, vor allem mit die Tür. Schatz. Vielleicht passiert ja was lustiges, während du auf mich wartest. Na, das Risiko gehe ich ein. Ja, stimmt. Ohne mich passiert wahrscheinlich nichts lustiges. Es geht halt... Also, wenn was lustiges passiert, dann auf Kosten von dir halten, weißt du. Ja, okay. Stimmt auch. Nick? Geh mal vor meinem Select. Du stehst vor meinem Select-Button. Ich muss doch die Map ausdehlen. So, hier? Ja. Jetzt stehst du vor der Map. Boaaals. Geister? Was? Der Pole, der Breke ist bei der Küche... Links. Bei der Küche... Ganz hinten. Wir lassen uns nicht über den Weg reden, Leute. Da machen wir schon mit dem Gespräch. Geh ich nicht. Na, was? Ich bin mir nicht sicher, ob's der hier ist oder ob's das Bad ist, weil der Bad ist auch kalt. Oh, ne. Nicht schon wieder. Ich hasse dieses Zimmer, ne? Das ist so dumm. Jetzt nochmal für die Aufnahme. Ich werde nie wieder sterben. Ich werde nie wieder sterben. Ach stimmt. Oh nein, die war so episch, die Ansage, letztes Mal. Ich werde nie wieder sterben. Sag nochmal mit Aufbau. Ich werde nie wieder sterben. Ich werde erhunted. Ich werde erhunted. Ja stimmt, warte. Das wäre gerade witzig gewesen, wenn ich instant gestorben wäre. Die Ansage ist raus jetzt. Welche Ansage? Die Ansage, dass ich nie wieder sterbe im Fasten Phobia. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Sag mal Wickel. Mal. Zu mir. Ich höre Roman gerade wirklich einen Knuff, falls er was sagt. Er sagt gerade nichts. Jetzt höre ich ihn gerade auch nicht. Oh, warte, das ist... Oh, okay. Ja. Was? Oh, was ist das denn? Witzig... Link ус. Oh dein Mach! Es zählt nicht. Ha ha ha. Das waren epische letzte Worte. Ich wollte seine Frage auf die Probe stehen. Das zählt nicht. Oh, er hat eine Sprache nachgeschickt. Das zählt nicht. Ich weiß nicht, ob wir die da umstellen sollen. Eigentlich ist die ziemlich gut zentral. Andererseits habe ich jetzt da noch nichts gesehen. Oh Jungs, ich pack's nicht mehr. Alles was du diese Runde gemacht hast, ist Nick basically umzubringen. So wie die Runde vorher, du mich auch. Stimmt mit dem Spiegel. Hast du nichts dran, oder was? Ne, ne, ey Roman, chill, chill, chill. Du kannst dir das Item sogar aussuchen, Pedi. Gibt's immer so Runden, wo man nichts hat oder Runden, wo man alles instant hat? Weil irgendjemand aus unserem Team andere Leute umbringt. Ich will jetzt niemanden anschauen oder so, aber... Ja, I'm sorry. Okay, haben wir irgendeinen Plan, wie wir vorangehen jetzt? Hörst du blauer Knopf an der Tür? Ich weiß nicht. Hilf uns glaub ich weiter. Was ist blauer Knopf? Ja, Pedi, du bist als nächster dran. Wir spielen mit nem gemeingefährlichen. Wir können auch einfach Roman umbringen. Weißt du, wie die ganzen Dinger funktionieren? Ich weiß das nicht. Stimmt, Nick, wo hast du dich endlich versteckt beim Ritual? Du bist ja eben im Portal gestorben. Ich stand, ich hab mich nicht versteckt, weil ich nicht mal geschaltet hab, dass ich mich verstecken sollte. Und um halt wegzukommen, hätte ich durch dieses Ding durchlaufen müssen. Aber das hätte voll lange gebraucht, um dich zu snacken. War halt so ne Animation und so Feuer bei dem Pentagramm. Dann hab ich mich natürlich nicht reinlaufen getraut, das wäre meine einzige Escape Route gewesen. Und da... Oh, ich hab tot. Das heißt, wir versuchen jetzt hier ein StSchwam confort wählen. Da nicht riesig für throughout die Geschichte was, dass ich den Bag Free angegām nicht für enemy LeUNDに ziehören. Ich bin jetzt hier ein StSchwam. Ich bin unterwegs alt. Also, ich bin Right. Aber ais nicht an. Das� Theresiens, aleóg sollte es nicht so feudernimos. Was überlag mich neighbour schon set指ries,